Ja, wie wollen die Next Scientists for Future die 5%-Hürde reformieren? Ja, wir stellen uns mal vor, das Problem ist ja immer, warum soll ich eine Partei wählen, die es eventuell nicht über die 5% schafft, dann ist meine Stimme verloren und ich wähle damit eigentlich meinen politischen Gegner. Den stärke ich damit, obwohl ich das ja nicht will. Dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Jede Kleinpartei erklärt gegenüber dem Landes- oder Bundeswahlleiter oder den jeweiligen Wahlleitern eine Liste, von wem die Stimme abgezogen werden soll, sozusagen, oder wer die Stimme dazu bekommen soll. Das könnte man ja machen. Also entweder die Stimme, wenn die Stimme verloren ist, wegen unter 5%, an wen soll dann die Stimme gehen, an welche Partei? Und dann kommt eine Liste von Parteien und wenn die erste in der Liste nicht die 5% schafft, dann geht es automatisch an den zweiten auf der Liste und so weiter. Oder man kann das umgedreht machen. Man kann sagen, von wem soll die Stimme abgezogen werden. Das müsste man dann mal diskutieren, sodass dann eine Liste gemacht wird. Und was weiß ich, wenn wer unsere Partei wählt, der kriegt dann die Garantie, dass dann diese Stimme abgezogen wird von CDU oder SPD oder Grüne und entsprechend wieder eine Liste gemacht wird. Also man könnte es machen mit, zu wem wird die Stimme alternativ zugeschlagen und von wem wird sie abgezogen. Und dann würden die Leute auch wieder kleine Parteien wählen und trotzdem hätten wir nicht das Chaos, wie bei der Weimarer Republik, dass lauter winzige Splitterparteien ein riesiges Chaos anrichten, sondern wir haben, die Leute können wieder ohne Probleme Kleinparteien wählen und wenn sie es nicht ganz über die 5% schafft, die Kleinpartei, dann geht die Stimme entweder positiv an zum Beispiel die Grünen oder sie wird zum Beispiel abgezogen von der CDU. Und das ist eine sinnvolle Lösung. Also entweder haben dann, was weiß ich, die Grünen, was weiß ich, die haben 20% Stimmen, dann kommen zum Beispiel noch Stimmen von den Kleinparteien dazu, die es nicht über 5% geschafft haben und dann haben die Grünen am Ende vielleicht 30% oder 25%. Oder umgedreht, zum Beispiel die CDU hat 30% und es werden dann ungefähr 5% bezüglich der Kleinparteien abgezogen und dann hat sie nur noch 25%. Und dann geht keine Stimme mehr verloren, dann wird keine Stimme mehr in den Mülleimer geschmissen, sondern alle Stimmen sind wichtig und das wäre unsere Lösung, um endlich das leidige Problem 5%-Hürde so sinnvoll zu reformieren, dass es nicht mehr als eine Schikanemaßnahme gegenüber Kleinparteien wirkt. Das heißt, jeder Wähler kann dann guten Gewissens seine Kleinpartei unterstützen, bis sie dann die 5% erreicht hat und muss nicht sozusagen aufhören, die Kleinpartei zu wählen, nur weil er ja eigentlich eine andere, also weil er sozusagen Angst hat, dass seine Stimme verloren geht. Geht dann eben nicht mehr verloren. So, dann haben wir die Sendung Arte, Gluten, gefährlich und giftig. Die Sendung brachte am Ende eine Lösung, die natürlich die völlig falsche Lösung ist. Und ich erkläre gleich, warum sie die falsche Lösung ist. Und die Partei des Fortschritts wird ja heute Abend im Talk sein, bin mal gespannt drauf. Und ja, Arte hat quasi so am Ende gesagt, die Hoffnung, die wir ja letztens auch in der Talkshow hatten, ja, durch das Einkaufsverhalten kann ich doch eine bessere Welt schaffen. Ich kann doch einfach dafür sorgen, durch mein Einkaufsverhalten, dass die Ernährung besser wird. Also, diese These beruht auf lauter Irrtümern, Schluckwasser. Hier unten an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Also, erstens, diese These unterstellt, dass Werbung nutzlos sei. Quasi die unterstellt, dass die ganzen Großkonzerne alle geistige Behinderte seien und Milliarden Gelder jedes Jahr ausgeben würden für etwas, was gar nicht wirkt. Natürlich reden sich viele Menschen gerne ein, die Werbung würde sie nicht manipulieren. Aber das sind Illusionen, denn die Werbung hat noch einen ganz anderen Effekt. Die Werbung hat noch den Effekt, dass sie Verhalten manipuliert und zwar nicht als Werbung selber, sondern, dass das Verhalten manipuliert wird über die Medien. Und das sehen die Leute nicht. Also, schlicht und einfach, die Masse der Menschen wird über die Werbemilliarden so gewaltig durchmanipuliert, dass sie niemals zu einem richtigen Einkaufsverhalten kommen wird. Das ist also sozusagen in dem Falle im negativsten Sinne elitäres Gerede. Natürlich können sich top ausgebildete Leute, studierte Leute, die sich ständig den ganzen Tag mit Ernährung beschäftigen, wahrscheinlich einige Einkaufsfehler verhindern und nicht machen. Aber die Masse der 80% der Bevölkerung wird immer das falsche Einkaufen verursacht durch all die Massenmanipulationen, die durch diese Werbemilliarden ausgehen. Und alle werden immer wieder sagen, ja, ich bin doch nicht manipuliert. Ja, alle anderen sind ja manipuliert, aber ich nicht. In Wirklichkeit sind wir alle manipuliert. Und der Weltrat, die Next Scientist for Future, das ist ja quasi die Zentralaufgabe da, so viel wie möglich Manipulationen rauszuschmeißen aus den Köpfen und so viel wie möglich vorteilbringende Irrtümer, Killerviren des Geistes, parasitäre Meme beziehungsweise Manipulationen zu durchschauen und aus den Köpfen rauszuschmeißen. Das ist ja unsere Aufgabe, ja, Schluck Wasser. Und der Punkt ist ja, dass ungefähr 99% der Bevölkerung ja überhaupt nicht verstehen, wie diese Werbemilliarden am Ende zu erhöhten Kaufverhalten führen. Dabei ist der Werbespot nur der winzigste Teil in der Kette. Ja, sondern ich mache nochmal das Beispiel von mir als Schüler und späterem Esssüchtigen und der Esssüchtigen Schülerin. Warum bezeichne ich mich hier so locker als Esssüchtig? Ja, weil die, wenn ich unseren Dr. Jakob mal quasi ungenau zitieren kann, wir sind doch eine Suchtgesellschaft. Also, es gibt eigentlich nur den Unterschied zwischen den gut ausgebildeten Leuten, zum Beispiel ich mit dem Grundberuf als ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse. Die Leute mit Selbstmahnehmungsfähigkeiten, die sagen natürlich, natürlich bin ich süchtig. Alle sind wir hier süchtig, weil wir alle das Glücks beraubt sind. Und deswegen bin ich Esssüchtig und andere sind Zigaretten süchtig, Alkohol süchtig, Süßigkeiten süchtig, Reise süchtig, Auto süchtig, Medikamenten süchtig oder was auch immer süchtig. Ja, wir sind alle süchtig oder Computersüchtig oder Smartphonesüchtig oder es spielt ja keine Rolle. Alle sind süchtig und insofern ist es auch nichts Besonderes, wenn ich sage, dass ich Esssüchtig bin. Bei mir hat, ich habe sozusagen ganz viele Süchte gar nicht und dafür habe ich die Esssucht etwas stärker. Während jemand, der ständig raucht oder Alkohol trinkt, bei dem ist die Esssucht natürlich nicht so groß, weil er dafür andere Süchte hat, nämlich Rauchen und Alkohol. Also von daher ist also das Sprechen über Sucht bedeutet einfach nur, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der seine eigene Sucht nicht wahrnehmen kann und einen anderen Teil der Gesellschaft, der seine Sucht wahrnehmen kann. Aber alle sind sie süchtig. Es spielt ja keine Rolle, ob jemand seine Sucht vor sich verleugnet. Er ist trotzdem süchtig. Also in dieser Gesellschaft kann es keinen Menschen geben, der nicht süchtig ist. Herr Dr. Ludwig Manfred Jakob bei uns, unser Mitglied, hat ja auch gekämpft, hat ja auch in vielen Video-Vorträgen darüber berichtet, wie er selbst schon schwer gesundheitlich angeschlagen war und zu viel Gewicht hatte und so weiter und das zu viel, das Falschen und so weiter gegessen hatte und so weiter. Also wir alle schlagen uns doch rum mit irgendeiner oder vielen Süchten. Aber entscheidend ist, dass man das erkennt und da wieder raussteigt. Und Dr. Jakob hat ja auch die Kurve geschafft und ich bin ja auch gerade wieder ausgestiegen aus meiner Sucht, indem ich zwar ständig weiterhin damit kämpfe, aber immerhin eine Technik entwickelt habe, mit der ich 18 Kilo abgenommen habe. Und jetzt muss ich gucken, dass ich wieder, ich habe wieder 2 Kilo zugenommen, jetzt muss ich die 2 Kilo wieder abnehmen, aber das kriege ich schon hin mit der neuen Technik. Mit der sogenannten Tresor-Methode. Ja, wie ist es mit der esssüchtigen Schülerin? Also die esssüchtige Schülerin und ich als Schüler. Ich habe zum Beispiel als Schüler angefangen, regelmäßig mir mal eine Zeit lang. Ich wollte einfach mir mein Essen selber kaufen und selber zubereiten, wollte einfach diese Erfahrung machen und habe das ein paar Monate gemacht. Und da bin ich zu unserem Rewe gegangen, in meinem Heimatort sozusagen, habe mir die Sachen gekauft. Und jetzt, was habe ich damit? Genauso, jetzt stellen Sie sich vor, an meiner Seite wäre dann auch noch eine Schülerin zum Rewe gegangen. Und was für ein Fehlanreiz, was für ein Belohnungsaspekt haben wir da mit Rewe übermittelt? Hier, lieber Rewe, hier sind zwei Schüler, ein männlicher Schüler und ein weiblicher Schüler. Und wenn sie es irgendwie schaffen, mein Leben zu zerstören und mich unglücklich zu machen und mich dann esssüchtig und konsumsüchtig zu machen, dann werde ich ihnen noch mehr abkaufen und noch mehr Geld zu ihnen tragen. Und dann können sie besser überleben als Firma. Und dann passiert Folgendes. Zum Beispiel die ganzen, damals gab es RTL und Satz 1 noch nicht, aber ich mache es mal an diesem Beispiel, weil ich gerade, ich habe gerade mal gegoogelt, ja, ständig, das Rhein-Neckar-Fernsehen hat gerade Insolvenz angemeldet. Also Fernsehsender können jederzeit pleite gehen, wenn sie eben nicht mehr genug verdienen. Also Evolution läuft immer und überall in der Gesellschaft. Ja, manche sterben aus und manche überleben. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Zum Beispiel ein Süßigkeitenhersteller gibt seine Werbespots zu RTL und ein anderer Süßigkeitenhersteller gibt seine Werbespots zu Satz 1. Und jetzt weiß ich zufällig, dass Satz 1 früher eine Sendung hatte, die ganz klar die Leute erzogen hat zur Verklemmtheit. Ja, jetzt wird also zum Beispiel, und Rewe gibt seine Werbespots auch eben an Satz 1 und ein anderer Laden gibt seine Werbespots, zum Beispiel an RTL. So, und was passiert jetzt? Was ist das eigentliche, die größte Entdeckung von Weltrat und Next Scientist for Future? Die große evolutionsbiologische, psychobiologische, evolutionspsychologische, naturwissenschaftlich-psychologische Erkenntnis der Menschheit. Und die große naturwissenschaftliche Erkenntnis der Menschheit, die der Weltrat neu liefert. Dass jetzt Folgendes passiert, indem die Schülerin und ich in den Laden gehen, passiert und dorthin Geld geben. Dieses Geld fließt an die verschiedenen, zum Beispiel Süßigkeitenhersteller und an Rewe und an vielleicht einen anderen Supermarkt noch. Und jetzt entsteht ein Evolutionsprozess, ein komplizierter, unsichtbarer Evolutionsprozess, der nicht bewusst abläuft. Ich habe ja über die Fassadenmenschen gesprochen. Das heißt, jeder Mensch ringt um seine Fassade, nämlich ich tue doch Gutes. Und das schlechte Tun übersieht er. Er sieht zwar, dass die ganze Welt schlecht ist, aber denkt, er selber tut Gutes und die anderen tun Schlechtes. In Wirklichkeit tut jeder selber Schlechtes und deswegen ist die Welt schlecht. So, und wie läuft jetzt der genaue Evolutionsprozess? Das Geld von mir als Schüler und der als Schülerin fließt jetzt in den Rewe oder in einen anderen Supermarkt und oder in einen anderen Supermarkt. Jetzt fließt das Geld zurück über Werbespots an RTL und Sat.1. Und der Großkonzern, der die Süßigkeiten herstellt oder die Großkonzerne, die die Süßigkeiten herstellen, geben ihre Werbespots auch wieder zu RTL und Sat.1. Und welcher Evolutionsprozess läuft jetzt dann völlig ohne Bewusstheit ab? Ohne dass sich jemand erkennt, was da jetzt für eine teuflige Geschichte geschieht. Da geschieht folgendes, Sat.1 produziert Sendungen, in denen die Schülerin und ich zur Verklemmtheit erzogen wurden. Ich war unheimlich verklemmt früher, weil ich auch in einer Familie aufgewachsen bin, die schon traditionell erzogen worden war zur Verklemmtheit. Meine Mutter hat das Fernsehprogramm noch umgeschaltet, wenn sich zwei Leute irgendwo nur geküsst haben und so weiter. Also ich war voll zur Verklemmtheit hin erzogen. Meine Eltern haben sozusagen mir zu verstehen gegeben, dass es also irgendwas Gefährliches und Angstmachendes ist, wenn man Zärtlichkeiten hat und so weiter. Und dadurch, so wurde ich erzogen zur maximaler Verklemmtheit. Und die stellen sich vor, die Schülerin wird jetzt auch zur maximaler Verklemmtheit erzogen. So, und wie? Ja, weil diese Fernsehsendung, die Schülerin und ich schauen, damals gab es diese Sender noch nicht, aber sagen wir, es wären damals andere Sender gewesen, oder eine Zeitschrift, spielt keine Rolle, welches Medium es ist. Aber stellen wir uns vor, wir beide schauen also diese Sat.1-Sendung nach der Schule und dann werden wir beide erzogen zur Verklemmtheit. Und was passiert jetzt? Das heißt, Sie sehen, dass die Werbespots gar nicht das wichtige Manipulationsinstrument sind, sondern entscheidend ist, dass der vorteilbringende Irrtum, das parasitäre Mem, der Killer-Virus des Geistes in unseren Köpfen als potenzielle Kunden ankommt. Sexualität ist schlecht und böse und lasst es. Ja, und es ist eklig und es ist gefährlich und irgendwie was Schlechtes. Und das kommt in unseren Köpfen an als Manipulation. Dadurch wird unser Leben erstört. Die Schülerin und ich haben keinen Sex miteinander, erleiden Liebesmangel, weil wir beide verklemmt erzogen worden sind durch die Medien und so weiter. Und wir haben keinen Sex miteinander, erleiden einen Endorphinmangel und wir kaufen mehr bei Rewe oder einem anderen Supermarkt ein und wir kaufen vielleicht auch mehr von den in den Werbespots beworbenen Süßwaren oder anderen Nahrungsmitteln, die halt in den Werbespots beworben wurden. Weil wir ja dann auch zwischendurch, zwischen der Sendung, in der Sendung dann auch immer zwischendurch die Werbung vielleicht noch abkriegen. Und so, das ist die entscheidende Erkenntnis von Weltrat und Next Scientists for Future, dass es also gar nichts bringt, das Einkaufsverhalten ändern zu wollen. Erstens, die Masse schafft das gar nicht, weil sie so durchmanipuliert wird und das Einkaufsverhalten ändert gar nichts. Denn dann kaufen die Leute vielleicht mehr Sachen, auf denen bio- oder glutenfrei oder irgendwas anderes steht. Aber die Tendenz, dass die Manipulation weitergeht mit den vorteilbringenden Irrtümern, dass unser aller Leben weiterhin unglücklich gemacht wird, damit wir esssüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig und was auch immer süchtig werden, das Motiv verschwindet nicht. Und damit ist das keine Lösung, sondern ist gar keine Lösung. Also, wir brauchen also eine Lösung, die diesen teufelskreisartigen Ablauf verhindert. Ich, die Schülerin und ich, wir beide werden esssüchtig und kaufen mehr. Dadurch fließt mehr Geld an Rewe und an den Nahrungskonzern. Die können über die Werbeabteilung wieder noch mehr Geld an Sat.1 geben. Jetzt stellen wir uns vor, einer dieser Nahrungskonzerne würde seine Werbespots an RTL geben. Und jetzt stellen wir uns vor, RTL würde in seinen Sendungen eher anregen, liebe Schülerinnen und Schüler, lebt euer Leben, genießt das Leben, habt viel Liebe und Sex in eurem Leben und so weiter. Nehmen wir an, RTL würde solche Sendungen bringen. Was es wohl nicht tut, aber nehmen wir das mal jetzt an. Dann würde ja der Sender, der Konzern, der Nahrungskonzern, der seine Werbespots an RTL gibt, würde ja pleite gehen. Warum würde der pleite gehen? Weil er ja seine Werbegelder sinnlos ausgibt an einen Fernsehsender, wo zwar die Werbespots gesendet werden, aber in der Sendung drumherum ständig gesagt wird, dass die Leute schmusen sollen und Sex haben sollen und Liebe machen sollen und so weiter. Und dann würde das nicht in einem größeren Verkaufserfolg resultieren, weil die Schülerin und ich nicht esssüchtig würden. Also würde kein größerer Verkaufserfolg resultieren. Die Werbung ist also dann nutzlos und dann geht der Konzern, der Nahrungskonzern pleite und dann kann oder er kann auf jeden Fall seine Werbespots an RTL nicht mehr bezahlen und dann kann es auch sein, dass sogar RTL pleite geht, weil eben RTL zu wenig Werbespots kriegt, weil das Programm zu wenig Esssucht erzeugend ist. Also ein Sender muss Esssucht erzeugen und andere Konsumsüchte erzeugen, sonst geht er pleite. Also wenn man jetzt mal darauf die Sender untersuchen würde, die jetzt pleite gehen, vielleicht haben die zu wenig Leben zerstört. Denn ein Sender, der nicht genug Leben zerstört, macht mich ja und die Schülerin auch nicht esssüchtig genug oder Zigaretten- oder Alkoholsüchtig oder Süßigkeitensüchtig genug. Und dann funktioniert ja das ganze System, unser teuflisches System nicht. Und ich hoffe, Sie haben das jetzt begriffen, dass die Lösung natürlich so sein muss, dass man starke positive Anreize setzen muss, dass es eine Herstellerkennung bei jedem Produkt gibt, dass Rewe und die anderen Supermärkte verkaufen und dass der Marktleiter am meisten Verdienstzuschüsse kriegt, wenn die Kunden nie krank werden und besonders auch niemals süchtig werden, also esssüchtig oder übergewichtig oder was auch immer werden. Und dass die Lebensmittelkonzerne am meisten Verdienstzuschüsse kriegen, vermittelt über die Herstellerkennung, sozusagen, wenn ich eben nie esssüchtig werde und nie krank werde und so weiter. Und durch diese positiven Anreize wird dieses ganze Spiel aufhören, manipulative, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer der Viren des Geistes auszusenden über Werbespots und über Programminhalte der Sender oder der Zeitschriften oder der Zeitungen und so weiter. Und dann hört die gesamte Massenmanipulation auf. Wir dürfen alle endlich wieder glücklich leben, weil auch die Ärzte uns aufklären werden und uns helfen werden, die mit der VIAT, mit der vorteilbringende Irrtümerabbau-Therapie, helfen werden. Alle Psychologen werden sich umstellen auf die VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbau-Therapie. Und innerhalb kürzester Zeit werden wir alle und die Schülerin und ich beide unverklemmt und wir haben dann ein erfülltes Liebesleben miteinander und verlieren unsere Esssucht. Und dann sind wir wieder alle glücklich und zufrieden und können glücklich leben bis an uns unser viel längeres, gesünderes Leben und viel glücklicheres Leben genießen bis an unser Ende. Ja, ich hoffe, das haben Sie jetzt verstanden, warum Arte da also völlig daneben liegt. Das mit dem Einkaufsverhalten, das können Sie vergessen, daraus resultiert keine bessere Gesellschaft, daraus resultiert gar nichts. Da sind ein paar Leute, gebildete Leute, die vielleicht nicht ständig nur krankmachende Sachen einkaufen und eigentlich ist es so, ich habe ja im Moment als Bürger trotz höchster Ausbildung im Ernährungsbereich immer nur die Möglichkeit, etwas weniger giftige Sachen zu kaufen. Zum Beispiel hat die Arte-Sendung ja irgendwie auch immer wieder angesprochen, dass wir alle natürlich vollgestopft sind mit Glyphosat, also mit diesem gefährlichen, eventuell krebserzeugenden Gift. Und das müssen wir doch ändern und das geht nur so, wie ich es eben geschildert habe, nur durch starke positive Anreize. Und das Beispiel der esssüchtigen Schülerin und ich als esssüchtiger Schüler, das, ich glaube, das sollte ich immer wieder wiederholen, damit den Leuten klar wird, was das eigentliche Problem der Welt ist. Das ist nämlich das eigentliche Problem der Welt. Ja, tschüssi, bis bald. Na, gehst du aus?